Hi und willkommen zur nächsten Folge der HG-Kit-Serie. Heute mit dem Kit Reaper. Mit Reaper kann man anderen den Wither-Effekt geben, wenn man ein Rechtsklick mit dieser HG gemacht. Es ist so ähnlich wie Viper, nur hat man hier das Kit-Item dazu. Ich fände das einen coolen Nerf, wenn das... äh, coolen Buff. Wenn das so wäre wie bei Viper, dass man kein Kit-Item hat und bei jedem Kit das ein prozentiges Short-Fat. Aber es ist jetzt nur mal so. Das ist ein ziemlich underrated Kit meiner Meinung nach, da spielt halt echt kaum jemand. Dabei ist es echt nicht so schlecht. Das war Barion. Und damit, wenn es mit Zaun geht, ich weiß, dass es mit Staunen ist. Das war ich nicht so schlecht. Aber ich glaube, es ist ein ob Klar macht. Ich bin so schlecht. Das war ich gerade. Ich bin so schlecht. Und da ich auch nicht so schlecht. Ich bin so schlecht. Das war ein bisschen eklig gekleamt. Das war ein bisschen der Hohen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist relativ viel Stress, jetzt habe ich auch schon hier viele Aufnahmenversuche hinter mir. Ich versuche jetzt noch eine nice letzte Runde zu erspielen. Und ich werde Dwee wollen. So, bis zum nächsten Mal. Ich versuche jetzt einen Creeper-Player. Ihr merkt, HG ist zur Zeit nicht so neu, es ist das einzige was meiner Meinung nach noch bockt sind die CWs, ihr könnt auch gerne auf Twitch vorbeischauen, denn jedes Wochenende sind da richtig viele CWs, auf dem Discord wird auch immer gepostet wann was ist. Bis zum nächsten Mal, tschau.